Ich bin für Finanzanalyse und Asset Management, das ist der Berufsverband der Finanzanalysten und Fondsmanager in Deutschland. Gleichzeitig bin ich Repräsentant von EFAS, dem Europäischen Dachverband, der insgesamt 27 Länder und knapp 16.000 Finanzanalysten und Investoren in Europa repräsentiert. Integrated Reporting ist etwas, das Unternehmen, Investoren und Standard Setters verstehen, weil Integrated ist das opposite von Separate. Wir wissen, dass die aktuellen Praxis ist, dass es Finanzanalyse Reporting ist und egal, ob es Sustainability Reporting, ESG Reporting oder CSR Reporting ist, es kommt Separate. So we tend to have two different sets of information which are not integrated. But the integration is necessary and we're on a good way with looking at the two types of information as mutually supporting and rendering plausibility to to each other. Companies have started working with the concept of Integrated Reporting. Although we as a professional association we are not sure whether the concept of integration has been fully understood, it does not mean that you take two pieces of information and staple them together. We should rather speak about why is it that, to give a couple of examples, items from ESG or CSR reporting like energy intensity, what can they contribute to an explanation, to explaining financial figures. And if we tie these both together, like energy efficiency, sales or cost figures, or some quantitative elements that explain the social behaviour of companies, it makes, and that's the baseline, that's why we are involved, it makes corporate valuation more precise, it makes it more accurate and it makes it simply better. Integrated reporting is a very, very important trend. Intuitiv versteht man, warum integriertes Berichtswesen oder integriertes Reporting wichtig ist. Denn heute werden die Finanzkennzahlen, Finanzberichte von Unternehmen und das, was man unter Nachhaltigkeitsberichten versteht, oder ESG oder CSR Berichten, sie laufen separat, sie laufen parallel, es gibt kaum eine Integration. Diese Integration ist aber wichtig, damit das eintritt, was beispielsweise in OneReport sehr klar definiert wird, Finanzkennzahlen, Finanzberichte, finanzielle Aspekte und Nachhaltigkeitsaspekte können sich gegenseitig plausibilisieren und dazu beitragen, dass die Unternehmensberichterstattung in Summe besser wird. Besser wird, präziser wird und nutzbarer für Investoren und Finanzanalysten. Letzten Endes geht es darum, dass die Daten von Unternehmen präziser sind. Wir sind sehr engagiert, both as DVFA und as FS, in improving Corporate Reporting. Wir würden nicht so far sagen, dass die Corporate Reporting Model ist broken. Wir haben einige Organisationen darüber diskutiert, dass die Organisationen darüber diskutiert. Wir denken, wie ein Backbounder Corporate Reporting. Wir haben finanzielle Accounting und Finanze Accounting System. Wir haben sehr, sehr proaktiviert, um unsere eigenen Sätze von Key Performance Indicators für ESG. und jetzt kommt ein Punkt in der Zeit, wo wir integriert unsere Key Performance Indicators für ESG mit Finanzen Key Performance Indicators, weil die Target Zone, so zu sagen, ist die Spreadsheet, die Spreadsheet der Finanzanalysten oder Investoren. In other words, es ist die Part der Investment Analyse, wo wir typisch finanzielle Informationen und auch nicht finanzielle Informationen get modelled into eine Bildung der Unternehmen, in order to arrive an eine Investment Decision. Wir sehenen Integrated Reporting als die Zukunft der Corporate Reporting. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen, aber wir sind ziemlich confident, dass wir alle zusammenarbeiten, mit Unternehmen und Unternehmen, wir sind auf einem guten Tag. Der Hauptpunkt, von unserer Perspektive, wird es zu definieren, was es bedeutet, wenn die Figuren, die Nummern, wenn die Informationen integriert werden, was es bedeutet, dass wir eine Konversion-Unit-Exercise das bedeutet, eine Monetarisierung von ein paar Non-Monetary Daten, das bedeutet, dass es nur das Sufficient ist, wenn diese Daten sind quantitiert. Und die größte Sache ist, wir sehen, dass wir auf einem globalen Standard für Integrated Reporting lernen, von der Erfahrung, von der US-Gaap und IFRS, das ist ein großes Exerciz, aber wir sollten mit einem Plan das heißt, think big, go for a global standard. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, aber auch für Investoren und Standardsetter, sich mit dem Thema Integrated Reporting zu beschäftigen. Mit dem International Integrated Reporting Committee auf der einen Seite und der OneReport-Initiative von Bob Eccles und Mike Cruz sind wichtige Weichen gestellt worden, um sich inhaltlich mit dem Thema Integrated Reporting auseinanderzusetzen. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Unternehmen und Investoren einzusteigen, weil im Augenblick die wesentlichen Entscheidungen getroffen werden, wie sich Corporate Reporting in der Zukunft gestalten wird.